Hallo und herzlich willkommen zur Kinovorschau mit den Kinofilmen, die ab den 8. Juli starten, also jetzt am Donnerstag. Und da haben wir uns mal angeguckt, was denn so alles in die Kinos kommen sollte und zwar deutschlandweit. Das heißt, ihr müsst dann selbst gucken, ob das vielleicht bei euch läuft oder nicht. Aber wir haben mal alles zusammengefasst, was denn geplant ist, was diese Woche dann quasi im Kino starten sollte. Und da fangen wir doch direkt auch nochmal an. Und zwar haben wir da den ersten lustigen Film mit einem super tollen Titel, der nennt sich nämlich Bad Luck Banging or Loony Porn. Ein Drama aus verschiedenen Ländern um eine Lehrerin, die quasi mit ihrem Mann ein privates Sextape aufgenommen hat. Das allerdings irgendwann die Schüler dann geraten ist, was nicht so eine gute Idee ist. Und die auch noch im Gebiet ist, warte mal, wo stand es, wo wohnt die gute Frau? In Bukarest. In Bukarest. Wo natürlich dann auch die katholische Kirche und sowas nicht so begeistert davon ist. Hat ein FSK von 18, keine Ahnung warum. Und könnte, weiß ich nicht, ob es interessant ist, Nitz, würde dich das interessieren? Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das Thema jetzt gar nicht so uninteressant. Ich muss auch sagen, FSK 8, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine prüde Veranstaltung werden, wie wenn das ein amerikanischer Film wäre. Dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich glaube, den würde ich mir dann irgendwann mal angucken, wenn man den streamen kann. Im Kino wird er wahrscheinlich eher in keinem größeren Kino laufen, würde ich jetzt mal mutmaßen. Nein, das ist kein Mainstream-Film. Ich denke nicht, dass der jetzt hier in jedem Kino um die Ecke zu sehen sein wird, aber irgendwo in einem kleinen Arthouse-Kino bestimmt. Ja, also würde ich gucken. In meiner Watchlist-App gibt es den Film aber nicht. Oh, das ist schade. Das ist natürlich schade. Der nächste Film, den wird man wahrscheinlich überall sehen können, und zwar ist das Black Widow. Ein Avengers-Film, Marvel Cinematic Universe, baut den nächsten Film. Und zwar geht es um Black Widow, wer hätte das gedacht? Natürlich so ein bisschen die Vorgeschichte, wie dann Natascha Romanoff quasi zu Black Widow wurde. Und muss man da noch großartig viel erzählen? Ich meine, mittlerweile sollte man das Marvel-Universum schon ein bisschen mitgekriegt haben. Ich denke, wenn man bisher noch nichts vom Marvel-Universum gehört hat, ich weiß nicht, könnte man vielleicht sogar mit einsteigen, weil es halt eine Origin-Story ist. Meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass das wieder mal etwas anders macht. Also das könnte ja jetzt so ein kalte Kriegstriller werden im Marvel-Universum, wo ich ja dann immer dabei bin und sage, hey, finde ich ganz cool. Vielleicht ist es sowas wie Red Sparrow, nur mit Black Widow halt. Interessiert mich mehr als dieser 0815-Quatsch. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was dieses Jahr. Da kommt ja noch Shang-Chi und Spider-Man kommt dieses Jahr auch noch. Also Marvel haut gerade den einen oder anderen noch aus. Venom haben wir dieses Jahr auch nochmal. Ist jetzt nicht direkt ein Marvel-Cinematic-Universum, aber gehört ja auch irgendwie zum Marvel dazu. So, gehen wir direkt weiter. Werden wir schon bei Widow. Ja, jetzt sind wir wieder bei Spinnen, nämlich das Mädchen und die Spinne. Klingt irgendwie interessant, klingt so nach einem Ghibli-Film oder sowas. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Es gibt einen Manga, der heißt, ich bin eine Spinne, na und. Wo so ein Mädel irgendwie, auch so Isekai, weißt du? Und die ist dann irgendwie eine Spinne in so einer Art Videospiel oder so, keine Ahnung. Ja, Fantasy-Setting dann, ja. Gibt es, glaube ich, gerade als Anime irgendwie auf Crunchyroll oder sowas? Oder? Jedenfalls. Oder es ist was komplett anderes. Aber jedenfalls geht es halt darum, dass alle irgendwie draufgehen oder was auch immer und dann halt ein Fantasy-Setting wieder aufwachen und sie ist halt eine Spinne und versucht sich da irgendwie durchzukämpfen. Ich habe da auch nur zwei, drei Folgen gesehen, aber könnte man meinen, ist es aber nicht. Gehen wir einfach direkt mal zum Film, weil das ist komplett was anderes. Und zwar ist das eher wieder ein Drama, eher so ein, wenn ich das so sehe, eher so ein Kammerspiel. Und zwar geht es darum, um eine WG und eine zieht aus. Und das findet, also Lisa zieht aus und Maria findet das, nee, Mara, nicht Maria. Mara findet das halt irgendwie nicht so cool. Und über den Tag quasi merkt man, dass dann die ganzen Spannungen sich irgendwie aufbauen und sich dann am Abend irgendwie bei so einer Abschiedsparty entlädt. Also klingt für mich eher so nach einem Kammerspiel, nach so einer Gesellschaft-Dingsbums. Klingt wie, läuft irgendwann mal um 20.15 Uhr bei der ARD. Oder Arte. Ich hätte jetzt Arte gesagt. Oder ja, ARD, ZDF. Klingt halt eher so nach einem Film für die Dritten. Ja. So, nächster Film ist wieder ein bisschen größer und zwar Die Croods. Alles auf Anfang, der zweite Teil von Die Croods. Ich habe den ersten nicht gesehen. Sind halt diese Steinzeitmenschen, Animationsfilme. Und die Familie trifft jetzt auf eine andere Familie, die eher so die Snobs sind. Und die müssen sich dann irgendwie zusammenraufen. Keine Ahnung, irgendwie alles kaputt. Finde ich auch interessant hier. Stimme im Original Nicolas Cage, deutsche Stimme, Uwe Ochsens. Wie, Nicolas Cage macht noch als den Grundsprecher? Ich dachte, der wäre eigentlich schon komplett bei Hollywood durch. Aber als Grundsprecher darf er nochmal dran, oder wie? Der macht alles, was er kriegen kann, denke ich mal. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, in Hollywood wäre er eigentlich schon durch. Ich meine, größere Filme im Kino mit Nicolas Cage hat man länger nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ja, also Croods, muss ich ehrlich sagen, habe ich den ersten nicht gesehen. Interessiert mich auch neu. Es ist, glaube ich, ein netter Familienspaß. So ein bisschen wie Hotel Transsilvanien und sowas. Gehst du mal rein, guckst du den mal an und dann ist gut. Das ist, glaube ich, kein Film, der dich nachhaltig lange beschäftigt. Das ist einfach nur ein bisschen Fun haben. Der nächste Film ist eine Dokumentation. Und zwar Grenzland. Eine Dokumentation von Andreas Folgt, der schon mal eine Doku namens Grenzland eine Reise gemacht hat. Und zwar fährt er da mit einem Zug. Wenn ich das richtig sehe. Nee, mit einem Zug fährt er gar nicht. Sondern er begibt sich auf die Reise in den Grenzgebieten an der Oder entlang. Ja, dass er so ein bisschen die deutsch-polnische Grenze hat. Oder hier zu Tschechien rüber. Und er guckt einfach mal, okay, wie sind die Leute da so drauf? Also mich persönlich spricht das jetzt nicht an. Aber warum nicht? Ja, nee. Ist auch nichts für mich. Da gibt es andere Dokus, die würde ich dann auch eher gucken. Ja? Ja. Wie vielleicht zum Beispiel die nächste. Das ist wieder eine Doku. Und zwar Homo communis. Wir für alle. Das sagt eigentlich ja der Titel schon etwas alles hier. Und zwar wird da bla bla bla. Ich lese gerade den Text durch und ich verstehe kein Wort. Es geht halt eher darum, wie können wir zusammenleben und gegen Ungerechtigkeit und Krieg und Massenflucht vorgebeugt sein. Und Umweltschutz und sowas. Also wie können wir zusammenleben als Gemeinschaft? Klingt wie Gemeinwohlökonomie der Film. Ist so ähnlich. Also finde ich mir gerade so die Beschreibung. Die ist nicht lange, aber dieses voller wehrer Wort für mich. Nee, also es geht wohl eher so dann um. Wie kann man die Gesellschaft zum Positiven wandeln? Ja. So klingt das für mich. Ganz interessant, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen wieder nur so realitätsferne Träumer zu Wort. Aber hey. Meinst du, so bis 2025 keine Autos mehr auf der Straße, sondern nur noch Flugtaxen und Transrapid oder was? Also interessiert mich eher als Grenzland vom Thema her, aber werde ich jetzt trotzdem nicht aktiv suchen. Okay. Der nächste Film ist eigentlich schon relativ alt, bekommt jetzt nochmal eine Wiederveröffentlichung und zwar Komm und Sie. Der kam eigentlich am 7. Mai 1987 ins Kino und ist ein Kriegsfilm-Drama aus der UDSSR. Und da habe ich mir den Text gar nicht durchgelesen. Ich muss gestehen, ich hänge da ein bisschen hinterher. Kriegsfilm, ja, bla 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 bla. Im Jahr 1943 muss die weißrussische Sowjetrepublik den Amtsstück der deutschen Streitmacht zur Wehr setzen. Bla bla bla. Der junge Florian, den alle nur Flüflora nennen. Gott. Er meldet sich gegen den Willen bei den Partisanen, um quasi bei den Abwehr der Deutschen zu unterstützen. Ja, es ist halt wieder, klingt wieder so nach, okay, junge Leute denken, Krieg ist ein lustiges Abenteuer, da gehe ich mal hin. Und merken dann, dass es halt doch nicht so lustig ist, wie es vielleicht propagiert wird. Also ich weiß, der ist mir jetzt schon öfters so, wenn Leute auf YouTube so Filmpärlen oder sowas vorstellen, untergekommen. Der soll relativ hart sein. Also das ist halt wirklich so ein junger Typ, was weiß ich, wie alt ist er, zwölf oder so, zieht in den Zweiten Weltkrieg. Und das ist wohl wirklich sehr schonungslos und schwer erträglich. Ja, aber wie gesagt, so war es ja auch damals so ein bisschen, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir haben jetzt die Hitlerjugend und sowas. Und denen propagieren wir einfach, ja, das ist eine lustige Zusammenkunft hier und wir machen ein bisschen Spiel und Spaß. Und da muss man halt feststellen, Krieg ist kein Spiel und Spaß. Definitiv nicht. Nur halt auf russischer Seite. Auf russischer Seite, natürlich nicht. Es geht ja quasi die Russen gegen dann die deutsche Wehrmacht. Ja, puh, du, ich habe nie was von gehört, aber abgeneigt bin ich jetzt erstmal nicht. Ja, aber ich frage mich halt echt, warum der jetzt ins Kino kommt. Manchmal ist es halt so, dass du sagst, okay, wir haben alte Klassiker, die sind cool, die zeigen wir nochmal. Dass du sagst, okay, wir hatten auch Dawn of the Dead oder sowas, diese alten Filme, wo du sagst, die möchte ich ganz gerne nochmal auf der Leinwand sehen. Ob das jetzt irgendwie einen anderen Grund hat, warum der quasi jetzt nochmal veröffentlicht wird, das weiß ich nicht, aber es kommt schon mal vor, dass sie sagen, alles klar, ey, den wurden oft nachgefragt, warum spielt ihr den nicht, dann zeigen wir den nochmal. Aber das ist auch kein Film, der, glaube ich, sehr häufig gespielt wird in den großen Kinos. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Nebenprogramm sein. Und das wird auch nicht so viele Leute anziehen. Also guck mal, der Film ist von 87 und man hat nicht das Gefühl, dass der jetzt weitreichend bekannt wäre. Ich habe vorher nie von gehört. Aber guckst du auch andere Filme als ich. Aber auch eine Stunde 43, sowas Grausames, das muss ich jetzt irgendwie aktuell auch nicht haben. Ja, ich hätte fast sagen können, okay, das ist vielleicht was für die Schule auch so als Unterricht, aber der ist halt ab 16 schon mal. Das ist schon ein bisschen, muss ich schon ein bisschen älter sein. Ich weiß, in der Schule haben wir hier im Westen nichts Neues oder sowas gesehen und haben dann darüber gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ab wie viele Jahre der ist. Ich weiß es gerade nicht. Also der ist so uralt, der ist wahrscheinlich mittlerweile, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ab 16 ist. Ich habe ein bisschen runtergestuft. Okay, machen wir mal weiter. Der nächste Film ist wieder eine Dokumentation und zwar Los Reis oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und zwar geht es um zwei Straßenhunde, die da so ein bisschen begleitet worden sind, die in einem Park leben, wo auch natürlich so Jugendliche, die sich mit der aktuellen Gesellschaft nicht so ganz auseinandersetzen wollen, auch unterwegs sind. Aber der Hauptaugenmerk liegt wohl anscheinend auf die zwei Hunde. Das ist interessant. Ich wüsste nicht, wie das aussehen sollte. Das ist halt eine Doku über zwei Hunde. Ganz ehrlich, warum soll mich das interessieren? Also warum sollte ich mir jetzt eine Doku über zwei Straßenhunde in Santiago de Chile angucken? Tja. Muss ich nicht haben, ehrlich gesagt. Na gut, machen wir weiter. Sommer 85, ein Drama aus Frankreich, Belgien. Und zwar geht es darum, um... Wovon träumen sie, wenn sie 16 Jahre alt sind? Oh ja. Die träumen vom Tod, was? Den größeren Kick als den Tod kann man nicht bekommen? Also es ist offensichtlich Sommerferien in der Normandie 1985. Oh, und dann kentert aber jemand auf dem Boot und wird aber gerettet. Okay, und dann gibt es eine Sommerliebe. Also es ist halt ein Coming-of-Age. What? Französischer Coming-of-Age-Film. Ich habe jetzt gerade die Beschreibung... Ich bin leider ein bisschen spät dran. Ich habe die Beschreibung gerade mal so ein bisschen überflogen. Also zuerst hatte ich... Okay, wovon träumen die Leute in den 80ern in der Normandie? Vom Tod. Dann waren wir ein Unglück und dann haben wir eine Law-Story. Klingt ein bisschen komisch. Ein bisschen nach Call-Me-By-Your-Name. Nur halt als französischer Film. Weiß ich nicht. War das nicht hier in eine andere Richtung? Call-Me-By-Your-Name. Das sind zwei Männer, die sich lieben. Ja, ist das hier auch? Ich glaube nur... Ja, der eine heißt Alexis und der andere David. Ja, das muss bei den Franzosen und so nichts heißen. Naja, auch wenn... Das ist ja auch kein Problem. Also es ist ja... Ich muss halt sagen, französisch-belgischer Film... Sorry. Reizt einen direkt, oder? Da sind wir so... Oh geil, wieder einen schönen französischen Film hier. Den muss ich mir auf jeden Fall angucken. Also ich muss sagen, ich habe mit den französischen Filmen leider nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist natürlich auch Geschmacksfrage. Es gibt natürlich auch sehr viele, die den französischen Film so wie es mögen. Ich gehöre leider nicht dazu. Deswegen ist es jetzt für mich auch nicht unbedingt der Film, der mich mega interessiert. So geht es mir auch. Interessanter ist der nächste. The Little Things. Ein Thriller, Drama, Grimmie mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Habe ich nie von gehört. Warum auch immer. Aber er klingt eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Obwohl, er klingt ein bisschen nach sieben. Denzel Washington ist so ein abgeheifteter alter Sheriff in irgendeinem kleinen Städtchen. Und da kommt jetzt ein Serienmörder quasi dazu, der ein bisschen aufräumt. Und er bekommt jetzt quasi den Job, den Serienmörder zu stellen. Und bekommt dann einen jungen, neuen Rekruten dazu. Klingt für mich irgendwie nach sieben. Das stimmt schon. Also morgen Freeman ist da ja auch so ein bisschen der, der eigentlich keinen Bock mehr hat. Ich weiß gar nicht, John Lee Hancock. Irgendwie sagt mir der Name mal was. Mir auch. Ich habe ihn gerade mal gegoogelt. Der hat gemacht The Blind Side, die große Chance. Saving Mr. Banks und The Founder. Das sind so die, die man, denke ich mal, kennt. Mein Hund Skip hat er auch gemacht. Ah, schön. Habe ich nicht gesehen, aber klingt gut. Ja, es klingt nach einem guten Actionfilm. Der allerdings von der Story her nicht sehr kreativ ist. Ja, wobei Thriller, ne? Ich würde jetzt nicht Actionfilm sagen. Ja, okay, ja. Also Thriller, Drama. Wir suchen einen Mörder. Und bei den drei Namen kann ich mir schon fast denken, wer der Serienmörder am Ende ist. Das haben sie halt bei sieben ein bisschen besser gemacht. Weil da wusstest du ja nicht, wer jetzt quasi der Schauspieler ist für den Mörder. Aber wenn du jetzt drei Namen hast und zwei tauchen in den Text auf und der dritte nicht, dann kannst du schon halbwegs denken, wer dann der Mörder vielleicht spielt. Oder er hat nur eine kleine Nebenrolle und die haben sich gedacht, alles klar, den Name, den müssen wir nochmal reinpacken, damit er hier Leute anzieht. Den werde ich auf jeden Fall mal auf meine Watchlist packen, den Film. Ja. So, als nächstes haben wir The Nest. Auch nicht von gehört, mit Jude Law. Alles zu haben ist nie genug. Ein amerikanischer Film finde ich immer super. Um einen ehemaligen Rohstoffmakler. Okay. Der quasi den amerikanischen Traum in den Rücken kehrt und zurück nach England geht, um dort sein Landgut mit Grundstück irgendwie zu bauen. Okay. Wenn ich das so lese, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wieder so ein Horrorfilm sein soll. Soll das ein Horrorfilm sein? Nee, ich glaube nicht, aber weißt du, so von diesem ganzen Jahr, die ziehen dann da hin und dann sind sie da isoliert und die Familie ist in dem neuen Haus und alle entfernen sich voneinander und wenn da jetzt stehen würde und sie ihr begegnen unheimliche Gestalten, würde es mich nicht wundern, weißt du? Das klingt schon alles so nach Prämisse für einen Horrorfilm. Nee, es scheint aber doch eher dann hier in Richtung Drama zu gehen. Ja, also das frage ich mir auch auf. Dass die sagen, alles klar, ich kehre jetzt dem hektischen Leben in Amerika den Rücken zu und ich gehe auf ein Land irgendwo schön in England und das funktioniert aber anscheinend auch nicht so. Da scheint es aber auch irgendwelche Probleme zu geben. Und, ja, ich weiß nicht, also man könnte echt sagen, alles klar, das klingt so ein bisschen nach einem Horrorfilm, aber da fehlt der eine Typ, der vorbeikommt und sagt so, oh, ihr seid da eingezogen, na, da ist aber das und das vor x Jahren passiert. Das ist das Standard bei so Horrorfilmen. Wenn ich irgendwie so ein Haus beziehen, kommt immer irgendeiner daher und erzählte, da ist aber mal was Schlimmes drin passiert. Du, ich weiß nicht, so ganz hat er mich jetzt nicht. Gute Bewertung hat er bekommen bisher, aber, wow. Ich muss echt sagen, interessiert mich schon. Also wenn es jetzt kein Horrorfilm ist, interessiert es mich mehr, als wenn da jetzt halt noch die Schreckgestalt aus der Ecke kommt. Jetzt steht da Drama-Thriller, ich glaube nicht, dass es in Horror gehen würde. Also ich werde mal reingucken, wenn er irgendwie auf Netflix oder so ist. Netflix und Co., ja. Der nächste Film ist Und täglich grüßt die Liebe. Eine romantische Komödie, würde ich sagen. Lass mich raten, es gibt eine Zeitschleife. Es gibt nicht direkt eine Zeitschleife, sondern er ist halt immer so der, ja, heiraten, weiß nicht, ah, vielleicht später mal. Und er kommt jetzt in die Prämisse, dass die Zeit für ihn schneller vergeht. Wenn für ihn ein Tag vergeht, geht für die anderen ein Jahr quasi. Und dann wacht er quasi auf und stellt sich vor, ach du Scheiße, ich bin jetzt auf einmal verheiratet und meine Frau ist jetzt schwanger. Und zack, nächster Tag hat er schon ein Kind und einen Tag später. Und es geht halt eher so darum, okay, ich glaube, diese Moralapostel, die da herkommen, sagen dann hier, ja, guck, na, was du mit deinem Leben machst, was du mit deiner Zeit anstellst, die du quasi hast und schieb halt nicht alles irgendwie auf morgen. Ich denke, das ist so die Prämisse des Films. Aber wenn wir einen Trailer geguckt, hat mich nicht unbedingt jetzt so gesagt, oh ja, super, da gehe ich direkt rein, aber auch nicht direkt abgeschreckt. Ja, ich muss halt sagen, der Titel ist dann ein bisschen unglücklich gewählt, weil da erwarte ich jetzt schon, dass der morgens aufwacht und ist der gleiche Tag nochmal, wenn man täglich grüßt. Also, das ist ja ikonisch. Ja, und das ist ein deutsches Ding. Im Original heißt er Long Story Short und bei uns hat man gesagt, oh, was können wir denn nehmen für einen Titel? Aber wir hatten ja mal einen täglich grüßt, das mummelt ja, das kennt doch jeder. Da machen wir doch einfach einen Film, der so ähnlich klingt, damit die Leute denken, oh cool, da gehe ich rein. Das ist halt echt, deutsche Titel sind manchmal total dämlich gewählt. Im Original heißt er einfach Long Story Short, fertig. Hätte man auch so übernehmen können. Ja, aber dann hättest du wahrscheinlich weniger Leute gehabt. So hast du die Aufmerksamkeit halt direkt drauf, weißt du? Das ist Marketing. Ja, muss ich aber trotzdem nicht sehen, ehrlich gesagt. Ja, nicht direkt. Es ist kein Film, wo ich sage, oh cool, da renne ich jetzt direkt rein, aber wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und er läuft irgendwo, warum nicht? So, dann gehen wir weiter zu Vogelfrei. Ein Leben als fliegende Nomaden ist eine Dokumentation über eine Gruppe, die einen Weltrekordflug durch 33 Länder machen. Ja, das sind irgendwie zwei deutsche Aussteiger, die so ein komisches Fluggerät haben und damit flattern so durch die Weltgeschichte. Okay, aber 33 Länder ist schon eine Hausnummer. 1.518 Tage unterwegs und legen 36.042 Flugkilometer zurück. Aha, mit einem Trike, einer Art Motorrad der Lüfte. Das ist interessant. Ich finde eigentlich solche Reisedokumentationen gar nicht mal so uninteressant. Da habe ich schon mal so ein, zwei gesehen von Aussteigern, die sagen, okay, wir nehmen uns jetzt ein Jahr Zeit, wir nehmen einfach unser Campingmobil oder sonst irgendwas und reisen einfach mal drauf los. Da haben wir auch mal einige gehabt, die sagen, okay, ich reise mal einfach mal ein Jahr durch Afrika oder sowas und gucke einfach mal, wie die Leute dort leben und wie der Zusammenhalt ist und was da überhaupt passiert. Und das ist manchmal echt interessant. wie die auch halt quasi auf... Der Klassiker hat doch mit dem Fahrrad, oder? Ja, oder mit dem Fahrrad, klar. Also das hast du schon oft irgendwie so gehabt, dass irgendwelche Leute mit dem Fahrrad oder was weiß ich, dann holen sie sich irgendeinen Jeep und jückeln durch die Wüste oder sowas. Ja, so ein Camper oder sowas und dann fahren die da einmal quasi für ein Jahr durch irgendwelche Gegenden. Finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant, aber... Oh, ey, mit einem Trike. Aber dann siehst du ja nicht so viel. Dann sind die ja meistens in der Luft und dann landen die irgendwo mal, keine Ahnung wo. Ich weiß nicht, ob du mit einem Trike einfach irgendwo auf der Straße landen kannst oder ob du da auch irgendwie eine Art Flugplatz oder sowas brauchst. Ich habe keine Ahnung, aber... Ja, renne ich nicht direkt rein, aber wenn da irgendwo mal im Fernsehen läuft oder halt auf irgendeinem Streamingdienst parat ist, kann man mal reinsteppen, denke ich mal. Ich schreibe es mir nicht auf der Watchlist. Ganz ehrlich, da kann ich drauf verzichten. Es gibt einfach so viel, was man gucken könnte. Und der Pile of Shame geht immer länger und dann sortierst du halt aus, okay, ja, das klingt besser als das. Das wird wahrscheinlich relativ weit unten dann landen. Und dann sagt man, okay, man hat jetzt gar nichts mehr oder man will irgendwas haben, was nebenher mal so ein bisschen herdudelt. Aber ja, so ganz uninteressant ist er nicht. Ja. Und der letzte Film, der für diese Woche hier angekündigt ist, ist, Wer wir waren. Wieder eine Dokumentation. Sehr viele Dokumentationen diese Woche. Du hast es, glaube ich, mal durchgelesen, oder? Ich habe es nur kurz überflogen, aber ich finde, es klingt eigentlich ganz interessant. Es geht um die Frage, wie werden die Menschen in der Zukunft auf uns zurückgucken? Und darunter halten die sich so mit verschiedenen Wissenschaftlern. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, da mal so aus der Richtung auf uns zu blicken. Nicht aus der gegenwärtigen, sondern was werden die Menschen in der Zukunft so über uns denken? Die Idioten damals. Da haben sie noch die Chance gehabt, alles zu ändern, aber nein, sie haben nichts gemacht. Irgendwann hat Corona 5, die alle hingerafft, 80 Prozent der Menschheit. Und der Rest ist irgendwie mit den Amazon-Gründer, wie ist der Jeff Besse, wie heißt der gute Mann? Und Bill Gates und Elon Musk sind die ins All geflogen, haben den Mars besiedelt und alles wird gut. Ja, okay, cool. Weißt du was, den schreibe ich mir sogar auf. Okay, ja. Es ist aber wirklich mal ein interessanter Ansatz, nicht zu sagen, wie wird die Zukunft aussehen, wenn wir so weitermachen, sondern einfach mal so einen Blick andersrum. Wie wird die Zukunft quasi auf uns zurückblicken? Was wird die nachher sagen? Die Sache ist halt immer, nachher ist man immer schlauer. Das merkst du jetzt gerade auch an der Pandemie oder sowas. Da wird am Ende immer gemosert, ja, hätten wir das so und so gemacht, das hätten wir ja gar nicht gebraucht oder sowas. Aber nachher bist du immer schlauer. Also würden wir jetzt quasi nochmal zurückkreisen in die Zeit, könntest du denen auch sagen, ey, den Scheiß brauchst du nicht, den Scheiß brauchst du nicht und achte mal lieber da drauf. Du, ich glaube, es ist halt oft so, man denkt jetzt, sind wir ja an der Spitze von dem, was menschliche Erkenntnis konnte. Und das hat ja wahrscheinlich jeder gedacht. Also die alten Römer saßen wahrscheinlich auch da und dachten sich ja so schlau wie wir, das war noch keiner. Und dann aber 50 Jahre in der Zukunft, das ist alles überholt. Also dementsprechend bin ich echt gespannt. Finde ich wirklich einen interessanten Ansatz. Ja, meine Mathelehrerin hat damals noch gesagt, hier, ihr müsst Kopf rechnen können, später habt ihr nicht immer einen Taschenrechner dabei. Das sagen die Lehrer heute nicht mehr. So ist es. Na gut, dementsprechend, ja, hoffe ich doch, dass für euch was dabei ist. Und dann geht man ins Kino. Das ist nicht verkehrt. Guckt vorher nochmal, ein kleiner Tipp von mir, guckt vorher nochmal, was sind die Regeln in eurem Kino? Müsst ihr irgendwas mitbringen? Ich meine, bei den meisten ist es ja so, da braucht ihr nur eine Maske aufziehen, etc. Aber es gibt ja auch nochmal ein paar Bundesländer, wo es halt so ist, dass ihr dann auch irgendwie einen Test oder sowas mitbringen müsst. Guckt einfach vorher nach. Es spart ein bisschen Stress, meiner Erfahrung nach. Ja, dann viel Spaß im Kino. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier mit den neuen Filmen für die nächste Woche. Aber da weiß ich noch gar nicht, was kommt, aber bestimmt irgendwas Cooles. Fast and the Furious kann ich schon mal anteasern. Fast and the Furious kann ich auch mal anteasern, der Stadion am 15. Das ist, wenn du mich fragst, nichts Gutes. Aber das darf ja jeder gut entscheiden. Geschmackssache. Ich bin nach dem vierten Teil auch ausgestiegen, aber da reden wir nächste Woche drüber, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und geht ins Kino. Viel Spaß. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.